Hallihallo Hallöchen und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad Hitman 2 So, wir sind hier ein Stückchen weiter Zwei Leute gekillt hier in dieser Gegend Und lasst mich mal hier durch Ich muss hier hin, wo bin ich? Okay, dann muss ich wohl doch komplett drum herumlaufen Mehr oder weniger Ja? Hallo mein Freund, Frau 47 Ich bin sehr dankbar Ich habe Ihre Aufmerksamkeit Es ist sehr kraftvoll Es kann niemand sehen, es ist sehr gefährlich Die Kahn ist zurückgezogen Vielleicht kannst du ihn nicht mehr Vielleicht bevor sie in die Höhe May Allah helfen und beschützen Sie, Frau 47 Danke Better get out of the way This will get messy Okay Das ist also, was ich hier kriege Dann speichere ich doch direkt mal Warum nicht? Motorcade Interception Alles klar Gut Gute Frage Nächste Frage Wo gehe ich jetzt hin? Bzw. eine vielleicht noch bessere Frage Da ist mein Exit Da muss ich irgendwie auf jeden Fall hin Gute Frage Gute Frage ist Wie komme ich jetzt wohin? Wohl hin 47 Ihr Target ist ein local Khan Abdul Bismillah Malik Du wirst keine Probleme erinnern ihn Seine Bilder ist auf Posteren all over der Stadt Er versucht jetzt zu verkaufen Die Karten zu verkaufen Die Karten heute Die Kahn ist zurück Mit einer Kontingenz Unabhängigkeit von UN-Truppen Sie werden von dem Westen nach dem Weg Eliminate ihn bevor er seine Palette erreicht Von the East Along the road Äh East 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 Das wäre Von da käme also Wäre vielleicht ganz gut hier hin zu kommen Irgendwie Schauen wir mal Also ich muss jetzt auf jeden Fall höllisch aufpassen dass ich hier nicht gesehen Achso! Wo kam ihr denn jetzt her? Ach komm Ihr seid doch ein Witz seid ihr Okay, die stehen da rum und Ich hab keine Chance da drum herum da entlang zu gehen ohne dass die mich nerven Ja gut, die sehen mich da wunderbar eigentlich Mal gucken vielleicht Nein, hab ich nicht Lord Ich darf wirklich so überhaupt nicht gesehen werden Ah, hier bin ich jetzt also Oh Oh Eben hab ich den überhaupt nicht gesehen Jetzt WTF Mann da kommt einer lang Mann da kommt einer lang Hörsch Ich hab vorher noch hier die Treppe hoch Okay Pfff Wie können Ähm Das heißt ich muss ganz außen rum da hin Boah Boah Oh Hier geht's auch noch eine Treppe hoch Aber das bringt mir nix Naja Wurscht Wurscht Auf der Map sieht das so viel weiter weg aus Ja 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 Und dann ist es doch hier ganz nah Ah So wie es aussieht Hmm Es hieß ja ich soll mich beeilen ne Pfff Na hier kommt einer Ach hier kommt auch noch so ein grüner Super Ich glaube ich muss hier mal im Moment noch hocken Ach Das darf doch wohl nicht wahr sein Da 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 Ah Oh Und wieder dieses Gejohle Ja Wo ist das Der grüne der da eben lang kam Hä Doch der ist noch erst noch auf aus dem nichts oder Was Das war schön wie ich gerade durch das Tab drücken auf die Map gehen den abgewürgt habe Ja läuft sehr schön Meine Güte ist aber auch recht nervig Ähm Oh da kommt so eine So ein grüner Doch 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 stellen wir uns mal hier in diese Ecke Wer läuft da einfach an mir vorbei ohne mich zu bemerken das ist gut Es fängt ja doch an zu rennen Naja Wir haben ja noch ein paar Sex übrig Ja 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 Ah ja da kommt er Es ist jetzt nicht euren Scheißernst ne Ja Ah ja da kommt er Da kommen die Autos Da kommen die Autos Schön Er wird ja halt einfach gemetzelt ne Ja Ah Ja 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 Du bist nur ja ach so dieser typ noch der zivilist der weg offen ist der hat alles kaputt gemacht so wie es aussieht ja ist klar natürlich prima warum muss diese scheiße ist alles kaputt machen ach das bringt ja nichts laut ja toll wenn ich das zahlen lade das ist hier toll ach alles noch mal die ganze scheiß gewinner aber irgendwie verstecken mann warum muss der überhaupt herkommen dieser blöde zivilist so einfach mal was anders wo ist mein gewehr ach so das hat er liegen lassen warum steht es schon so bescheuert laut war eine blöde idee was auch eine richtig blöde idee ist ist dass der typ einfach die waffe fallen lässt hier bitteschön es ist anders willst mann das regt auf ich bin so kleine ppc ich sehe auf einmal mit meinen augen die hinten in meinem kopf drin sind sehe ich dass da einer in der ecke steht mit einer scheiß fetten knarren mit einem feist mit dem scharfschützen gewinne hand ja genau ach komm man laut boah als maul muss wohl der sein der mich da irgendwie sieht schön dass man das einfach mal so weg kriegt so ich weiß jetzt echt nicht ob ich ihn weg machen soll ach so ey ich sag mal dieser zivilist ist so ein arschloch mal ist er da mal ist er weit mal ist er nah mal ist er fern mein so Das aber auch. So, diesmal ist da wieder keiner. Weit und breit nicht. Ah! Alter, wie er sich abmüht, um den da zu bewegen, hey. So, wie ist es? Niemand da. Okay, ich glaube, es ist echt gerade weit und breit so niemand zu sehen. Das ist jetzt einfach mal vage hier rüber. Naja, natürlich nicht. Echt super. Oh, dann bin ich sofort tot. Geil. Und dann kann ich schon wieder laden. Und zwar hier dieses. Prima. Freut mich. Ja, habe ich jetzt eigentlich noch... So, hier, den mal hier in die Ecke ziehen. Wird ja wohl hoffentlich möglich sein. So. Jedenfalls habe ich keine Lust mehr. Komm, nehmen wir das Ding da mal wieder richtig in die Hand. So. Vielleicht nehme ich doch hier mal kurz noch ein Save wieder. Äh, warte mal. Save. Ähm. Jo, nehmen wir doch einfach dieses und überschreiben es. Weh, du siehst mich. Was ich mich frage, ist, äh... Mit der können wir... Kommt der automatisch irgendwann... Oh, guck mal, da drüben. Und er wird ja gedriggert, wenn ich hier oben drauf gehe. Und das ist... Das ist doch mal wieder echt unglaublich. Ich komme hier oben drauf, ne, und die fangen an, auf mich zu schießen. Ich komme hier oben drauf, ne, und die fangen an. So. Vielleicht klappt es das so mal besser. Hoffe ich doch. Okay. Ich bin jetzt mal hier hingekommen und, äh... Pam, 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 pam. Ja, weil so das Gefühl, so ein weiteres Save könnte echt nie schlecht sein. Ich warte mal bis... Nein, ich speichere doch nicht nochmal. Alter, wieso? Alter, wie diese Scheiß-Waffe sich hin und her bewegt, ist echt nicht zu fassen, hä. Hä? Ach, ja, die Leiter, ja, klar. Los. Boah. Oh, come on. Ja, ich weiß, ich bin schnell gelaufen, aber trotzdem... Es geht mir auf den Keks. Scheiß. Das kann richtig gelaufen. Ich weiß, ich bin schnell gelaufen. Schuhen. Ich weiß, ich bin schon mal他們. Ich bin schon mal Monat. Darumja. L巴ik. Vielen Dank.